Do you want to know a secret? Yo, was geht mein Freundlichster On The Row mit einem weiteren Geblöcker hier auf meinem Kanal und ihr denkt euch wahrscheinlich warum hat dieser Spasti jetzt 4 oder 5 Tage nichts mehr geuploadet Leute, ohne Scheiß, ihr merkt das vielleicht auch an meiner Stimme aber ich höre mich richtig behindert an weil ich habe richtig fett Fieber gehabt gestern und ich wollte eigentlich sogar vorgestern ein Video raushauen aber ich war einfach nicht in der Lage dazu ich hatte 41 Grad Fieber und hier gleich ein Split-Quad-Feed und wie gesagt, ich hatte 41 Grad Fieber ich wollte auch was raushauen mit so 2-3 Kollegen aber das Problem war ganz einfach, dass mir ging es so schlecht und ich hatte auch noch echt schlechtes Gewissen 4 oder 5 Tage nichts mehr zu uploaden und deshalb wollte ich nochmal sorry sagen wegen dem aber ich konnte echt nichts dafür aber ich will jetzt auch nicht wirklich um den heißen Brei reden oder so ganz einfach, ich war krank, ich konnte echt nichts dafür Leute und ja, ich wollte ein paar Sachen in diesem Commentary sagen nämlich das erste ist im Hintergrund ist ein ganz einfaches Sniper-Gameplay da habe ich gefeeded eigentlich Standard bei mir aber das besondere in diesem Gameplay finde ich dass am Ende, wo ich 30 Kills hatte der zweite, also der zweite der Lobby hatte sehr wenige Kills das heißt, ich bin sehr schnell an die 30 Kills gekommen und deshalb fand ich das einfach ganz cool ich will jetzt nicht spoilern wie viele Kills der Gegner bzw. der zweite hatte aber ich finde das eigentlich ganz cool dass ich das Gameplay so schnell gemacht habe und ja, ich versuche ja jetzt in den Clan bei denen reinzukommen Olymp kennt eigentlich jeder Sniper der deutschsprachig ist und ich versuche jetzt bei denen reinzukommen weil die haben jetzt eine Recruiting Challenge rausgehauen und deshalb habe ich auch 4O im Clan Tech ja und die haben die Recruiting Challenge vor zwei Tagen glaube ich rausgehauen und ich habe schon glaube ich elf oder zwölf Clips bis jetzt läuft es eigentlich ganz okay und da ja, was ich noch sagen wollte in dem Gameplay also nach dem Gameplay werde ich noch irgend so ein Quad-Feed oder irgend so ein Feed von mir rausgehauen weil ich wollte das ab jetzt so machen dass immer dass ich immer nach einem Gameplay-Commentary ein Clip reinmache egal ob es auf ein Trickshow oder was auch immer und ähm, Leute vielleicht denkt ihr euch auch warum macht der auf ein Video wenn er so richtig krank ist und da will ich noch mal kurz sagen viele Leute haben mir gesagt ey Rickstar du nimmst das voll nicht ernst mit Youtube du machst 4-5 Tage lang nichts und was soll ich machen ich meine besser ist es ein Video mit scheiß Stimme zu machen als Inaktivität und wo sich Leute drüber aufregen und deshalb haue ich jetzt einfach dieses Video raus und hier ist glaube ich ein Quad wieder weiß ich gar nicht ähm, ja ein Quad sogar richtig knapp vom Split ähm und äh, wie gesagt, am Ende des Videos ist noch irgendein Clip von mir und ähm ja, auch ein paar Leute haben mir gesagt dass ich nicht so viele Gameplay Commentaries also nachkommentierte machen soll sondern Live Gameplays doch wie gesagt, ich bin jetzt echt nicht in der Lage dazu mich konzentriert zu zocken ich meine, ich hab das Gameplay gestern ähm erspielt und da ist noch ein Triple aber leider ein Quad Fail ähm, ich hab das Gameplay gestern erspielt wo es mir noch gut ging also äh, in der Früh ging es mir noch richtig gut und ich dachte mir so, oh äh, shit, Gott sei Dank ist jetzt Fieber vorbei und so aber nein, am Abend wurde es dann noch richtig schlimm wie gesagt, 41 Fieber und ich wollte am Abend auch das äh 2 vs 2 Trickshot machen mit so ein paar YouTubern also so kleineren YouTubern aber wie gesagt, das wurde nix und ja, das Gameplay nähert sich dann am Ende ohne Scheiß Leute nochmal sorry wegen dem nächsten Uploaden beziehungsweise wegen so einem langweiligen Video weil das ist jetzt einfach nur ein Commentary wo ich mich die ganze Zeit entschuldige dass ich ähm, nichts abgelobnet hab aber wenn's mir morgen besser geht dann mach ich dieses 2 vs 2 3 vs 3 wie auch immer und ähm ja, ich schau mal wie gesagt, dass ich so viel wie möglich jetzt in Zukunft raus soll ich muss einfach nur wieder gesund werden und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat dann würde ich mich über eine Bereitung freuen und ja dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ciao